So, die Aufgaben sind zurück und nämlich tanze neben einem lodernden Lagerfeuer. Ihr seht die Lagerfeuer schon so auf der Karte markiert, aber ich gehe keinem Lagerfeuer hin, was gerade da angezeigt wird, weil ich gehe einfach an dem Obstfarmen und gehe da ans Lagerfeuer, denn die meisten werden natürlich jetzt genau an diese Orte fliegen. Aber wenn ihr irgendwo ein Lagerfeuer habt, wo ihr wisst, da ist ein Lagerfeuer, geht besser da hin, was nicht auf der Karte angezeigt wird, dann habt ihr das Ganze eigentlich auch ziemlich einfacher, beziehungsweise die ganze Aufgabe ist eigentlich einfach. Ihr müsst nur ein Lagerfeuer finden, da ein Tanz-Emote machen und dann denke ich mal, ist der Drops auch gelutscht? Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Ich habe nämlich nach der Aufgabe nicht gesucht oder so, sondern mache das jetzt einfach nach Befinden. So, dann gehen wir einfach mal hier runter. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man jetzt unbedingt an den Lagerfeuern einen Tanz machen soll, außer es sind diese anderen Lagerfeuer, nicht unser normales Lagerfeuer, sondern diese, wie soll ich sie jetzt nennen, die Spezial-Lagerfeuer, Achtung. Aber, wie ich gesagt habe, normales Lagerfeuer reicht. Also ganz simpel zu machen, ganz normal an irgendeine Lagerfeuerstelle gehen, da euer Tanz-Emote durchführen und schon war es das auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Lasst gerne ein Like da, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.